Herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim Europäischen Quartett. Um Steuerfrust geht es heute. Wer zahlt eigentlich gern Steuern? Die Hauptlast tragen die Arbeitnehmer und es hat den Anschein, die Reichen richten sich, schieben ihr Geld irgendwo hin in Steueroasen und die Last tragen die Klein- und Mittelverdiener. Ist das gerecht? Wie kann man mehr Steuergerechtigkeit bekommen? Das wollen wir heute diskutieren und zwar mit Wolf Glintz, Steuerexperte der FDP im Europaparlament. Grüß Gott. Grüß Gott. Sarah Wagenknecht vom anderen Ende des politischen Spektrums, von der Linken, eine Volkswirtschaftlerin, ebenfalls seit 2004 im Europaparlament und auf unserer Zivilbevölkerungsseite haben wir Siegfried Bernhauser aus Österreich. Er engagiert sich für die Nichtregierungsorganisation Attac und setzt sich für mehr Steuergerechtigkeit ein. Der deutsche Fall Zumwinkel hat viel Staub aufgewirbelt. Nur mal kurz erklärt, falls irgendwer nichts davon gehört hat. Zumwinkel, ein ganz ein reicher, hat einen Teil seines Geldes versucht, schonend in Lichtenstein an der deutschen Steuer vorbei zu parken. Jetzt ist meine Frage, steckt so ein Zumwinkel nicht in allen von uns? Sind wir nicht alle daran interessiert, so wenig wie möglich dem Staat steuer zu lassen? Frau Wagenknecht, was würden Sie sagen? Ich denke, das hängt sehr davon ab, wie viele Kapazitäten man hat, am Staat vorbeisteuern, zu sparen. Also diese Millionen, die Herr Zumwinkel verschiebt, die kann ja normaler Beschäftigter nicht verschieben, weil er überhaupt die niemals in seinem Leben verdienen wird. Und wenn jemand mit irgendwie, sag ich mal, 3.000 Euro brutto meint, er kann da irgendwas verschieben oder hat ein bisschen was gespart und kommt nach Lichtenstein, dann werden die Banken ihm ganz kühl sagen, also bitteschön, Sie sind hier an der falschen Adresse. Also das Problem ist ja, das ganze System ist ja so konstruiert, dass es eben gerade für Reiche nur geht. Also man muss schon sehr, sehr viel mitbringen, um in Lichtenstein zum Beispiel eine Stiftung eröffnen zu können und dort in irgendeiner Form sein Vermögen vom Fiskus zu schützen. Und das ist ja gerade diese Ungerechtigkeit. Ich meine, die Lohnsteuer, die wird vom Einkommen abgezogen, da kann man überhaupt nichts machen. Und wer irgendwie seine kleinen Spargroschen dann versuchen will, irgendwie an der Steuer vorbeizuschieben, der hat eigentlich auch kaum Möglichkeiten. Aber wer natürlich Riesenvermögen hat, dem sind alle Türen offen. Schaffen es wirklich nur die Reichen oder fällt nicht auch zum Beispiel Schwarzarbeit unter steuerschonendes Verhalten? Ja, in der Tat. Die Schwarzarbeit ist an sich die Hauptursache der größten Steuerhinterziehung, wobei man immerhin feststellen kann, dass durch Schwarzarbeit volkswirtschaftliche Leistungen erbracht werden, trotz allem. Aber es ist nach wie vor ein Steuerhinterziehungstatbestand und deshalb genauso zu verurteilen wie die Aktion des Herrn Zumwinkel. Auf Ihre Frage, ob in allen von uns ein Zumwinkel steckt, würde ich meinen, wir sollten schon die Kirche im Dorf auflassen. Steuerhinterziehung ist leider Gottes ein Tatbestand, der nicht nur auf ganz wenig Ausnahmen beschränkt ist. Aber ich wage trotzdem die These, dass auch die Reichen zum überwiegenden Teil steuerehrlich sind. Und ich wage auch die These, dass nicht nur reiche Millionäre, so wie es meine Kollegin gerade gesagt hat, sondern auch mancher Bürger der Mittelschicht versucht, den einen oder anderen Groschen an der Steuer vorbei in den sicheren Hafen zu führen. Die Frage steckt an Zumwil in uns, ist glaube ich, letzten Endes so umzuformulieren, zahlen die Steuerbürger ihre Steuern gerne oder nicht? Und das hängt davon ab, ob sie eine Leistung dafür bekommen oder wie sie diese Leistung einschätzen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie werden abgezockt und sie müssen zahlen, ohne zu wissen, wofür das Geld verwandt wird, dann natürlich zahlen sie ungern. Gehen wir diese Frage weiter dem Dritten im Bunde. Zahlen die Bürger die Steuern gerne oder nicht? Haben sie das Gefühl, abgezockt zu werden oder nicht? Wie würden Sie das analysieren, Herr Bernhauser? Also ich glaube, ob die Bürger ihre Steuern gerne zahlen oder nicht, das hängt sehr stark davon ab, ob die Steuern gerecht gestaltet sind. Und derzeit sind sie ungerecht gestaltet. Wir haben vorher schon gehört, dass wenn man ein gewisses Kapital hat, ein sehr hohes Kapital hat, dann kann man sich auch nicht nur in Lichtenstein, sondern auch in Österreich in Privatstiftungen entsprechend arrangieren und kann so am Fiskus vorbei arbeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr ungerecht. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass manche Leute damit gar nicht einverstanden sind. Und der Tag ist damit auch nicht einverstanden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Zahl hernehmen, Sie haben 100.000 Euro Einkommen, nachher müssen Sie in Österreich mit Abzug der Sozialabgaben 40 Prozent Steuern zahlen, wenn das ein Gehalt ist und 0 Prozent, wenn es in der Privatstiftung ein Zinsertrag ist. Und das ist überhaupt nicht einzusehen und das muss natürlich beendet werden. Und das ist ein nationales Schlupfluch. Aber es gibt natürlich auch die internationalen Schlupflöcher und die stehen offen, weil es keine Kapitalverkehrsbeschränkungen mehr gibt. Und da müssen wir auch heute noch drüber reden. Jetzt wollen wir das einmal ein bisschen näher analysieren. Die Einkommensteuerstatistik ist wie eine Blackbox, habe ich als Zitat irgendwo rausgelesen. Was feststeht, ist Folgendes. Die Hauptlast tragen die Arbeitnehmer. Ich habe sowieso eingangs schon erwähnt. Zwei Drittel bis drei Viertel der Steuerlast tragen die Arbeitnehmer. Ein Fünftel die Firmen, ein Zwanzigstel sind es die Zinserträge vom Kapital. Jetzt könnte man sagen, das ist ungerecht. Aber wenn man sich jetzt einmal anschaut, wer ist denn ein Arbeitnehmer, dann kann man sagen, das ist der Fließbandarbeiter genauso wie der Herr Zumwinkel oder der Herr Ackermann von der Deutschen Post oder irgendein anderer oberer Manager. Und wenn man da die Zahlen wiederum vergleicht, dann ist es so, dass das reichste Prozent 22 Prozent der Abgaben trägt. Die unteren 50 Prozent 5 Prozent. Und der Rest, das sind dann meiner Rechnung nach 73 Prozent. Die oberen 50 Prozent. Also alles, was 50 plus ist. Jetzt ist es schon, kann man sagen, so ungerecht ist es dann wiederum auch nicht, wenn man nur die Arbeitnehmer hernimmt. Jetzt meine Frage, vielleicht belasten wir den Faktor Arbeit einfach zu stark mit Steuern. Könnte das sein? Es hat ja eine ständige Verschiebung stattgefunden. Und das ist ja tatsächlich das Problem. Also die Situation, die wir heute haben, die war ja noch vor 20, 30 Jahren etwas anders. Aber gerade weil wir in Europa eben völligen freien Kapitalverkehr haben, weil wir ganz unterschiedliche Steuersysteme haben, ist natürlich ein enormes Erpressungspotenzial bei denen, bei den Faktoren, die beweglich sind. Und das sind Vermögen, das sind damit eben auch Kapitaleinkommen und das sind die großen Unternehmen und die Konzerne und damit eben auch die Körperschaftssteuer. Und man kann sehr genau sehen, dass genau diese Steuern in all den Jahren immer tiefer gestuft wurden. Also die Körperschaftssteuer, also die Unternehmenssteuern sind gesunken, europaweit ganz klar am Trend. Vermögen wird immer weniger besteuert und natürlich... Erbschaftssteuer wird gelingert. Erbschaftssteuern gehen immer weiter nach unten, auch weil man da schön das Vermögen verschieben kann. Das gehört ja mit dazu. Und am Gegenteil muss der Staat sich natürlich dann das Geld woanders holen. Und das heißt, er bürdet immer mehr Steuern eigentlich immer weniger Leuten auf oder vor allem immer den Leuten, die wenig haben, nämlich die, die abhängig beschäftigt sind, weil die sind greifbar. Lohneinkommen sind eben für den Fiskus gut zugreifbar und den Konsum. Also das ist ja auch noch die zweite Entwicklung, die ich ganz problematisch finde. Wir haben immer höhere Konsumsteuern und die treffen nun wirklich die Ärmsten. Die treffen den Arbeitslosen, die treffen den Rentner. Aber sind nicht Konsumsteuern die gerechtesten Steuern? Weil so viel man konsumiert, so viel zahlt man halt Steuern. Naja gut, das ist schon richtig. Aber es ist natürlich so, selbst einer, der über ein Millionen Einkommen oder Vermögen verfügt, der kann nur einen gewissen Ausmaß an Konsum, einen gewissen Ausmaß an Konsum wirklich haben. Aber dem fällt schon viel ein, die ganzen Forscher sind bändlich. Ja, schon. Aber trotzdem ist es so, dass relativ, da gebe ich meiner Vorrednerin schon recht, dass relativ natürlich ein Rentner oder eine kinderreiche Familie oder einer mit geringem Einkommen relativ gesehen, zum anderen mehr zahlen muss, was die Konsumsteuern betrifft. Ich bin aber in einem Punkt nicht einer Mann. Ich glaube, dass nicht nur die Gesellschafts- oder Körperschaftssteuern, sondern auch die direkten Steuern ja eine, ich sage mal, Entwicklung hin zu weniger Steuern gemacht haben. Also wenn ich jetzt mein Land nehme, in Deutschland hatten wir einen Spitzensteuersatz von 53 Prozent plus Solidaritätszuschlag bei der Einkommensteuer. Der ist inzwischen bei 42 Prozent, für die Reichen sogar 45 Prozent plus Solidaritätszuschlag, aber doch spürbar geringer. Das Problem, was ich sehe, ist, und auch die Sätze für die niedrigen Einkommen haben sich reduziert. Ja, aber viel, viel weniger. Also das ist das Schlimme, gerade die Spitzen sind lastet worden. Aber was wir sehen, ist, dass wir natürlich durch die Hintertür eine Verschlechterung dadurch haben, dass wir eine sogenannte stille Progression haben. Das heißt, wenn durch die Inflation Gehälter und Preise und so weiter steigen, dann rutscht man in eine höhere Steuerklasse und hat eigentlich de facto an Kaufkraft nicht mehr in der Tasche, aber muss trotzdem höhere Steuern zahlen. Falls die Gehälter steigen. Falls die Gehälter steigen, das ist richtig. Nun, und was die Erbschaftssteuer betrifft, die haben Sie ja vorhin angeführt, da bin ich auch nicht sicher, ob man so pauschal sagen kann, die verschwindet. Das ist abhängig von den einzelnen Mitgliedstaaten. In Österreich ist ja zumindest ausgesetzt. Sie ist ja juristisch noch nicht verschwunden, aber sie ist zumindest ausgesetzt. In Deutschland ist man gerade dabei, ein neues Paket zu schnüren. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht verschwinden wird. Sie wird nicht höher werden, aber sie wird nicht verschwinden. Nein. Ich glaube, man will das Steueraufkommen von rund 4 Milliarden, wenn man auf diesem Niveau verhalten. So stellt sich mir das.